Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefman Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier in Theramortis. Und zwar finden wir das einmal unter Erkunden und dann Shadowlands. Und das Chiefman schimpft sich einmal Sand, Sand überall. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Er grabt aus dem Sandhaufen in ganz Theramortis Schätze aus. Und das sind insgesamt sieben Stück. Jetzt wird der eine oder andere denken, man muss hier rumflattern und diese Sandhaufen in Theramortis suchen. Ganz so ist es tatsächlich nicht. Wir brauchen als allererstes mal bestimmte Items, mit denen wir diese Sandhaufen öffnen können. Und zwar schimpfen sich die Items Raumöffner. Und davon könnt ihr maximal sieben haben. Und diese Raumöffner bekommen wir aus den normalen Schätzen hier aus der Zone raus. Das sind immer bestimmte Schätze. Ich hatte euch ja auch schon einen Guide zu den Schätzen hier aus der Zone gebastelt gehabt. Zu den knapp 30 Schätzen sind es glaube ich. Und da hatte ich die schon gezeigt. Ich werde es euch aber hier nochmal reinschneiden. Speziell die Schätze, die dementsprechend die Raumöffner droppen. Solltet ihr die schon haben, könnt ihr den Teil auf jeden Fall skippen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal durch mit dem ersten Schatz. Und zwar, wir befinden uns einmal hier im Lager. Und zwar auf den Koordinaten 34, 65. Und wir wollen uns jetzt einmal die gestohlene Schriftrolle besorgen. Die ist einmal so ein bisschen tricky da oben. Und dafür, seht ihr, sind wir jetzt hier in dem Lager. Wir laufen jetzt an das Gebäude hier links ran. Dann können wir nämlich hier hochlaufen. Und wenn wir da hochgelaufen sind, können wir hier rüber springen. Dann können wir hier rüber springen. Jetzt gehe ich mal lieber in die Reisegestalt. Und dann können wir einfach hier rum. Und hier oben, seht ihr, liegt dann das erste Item drauf. Und damit haben wir dann auch dementsprechend das erste Ding rausgezogen. Und ja, damit gibt es dann auch den Raumöffner, den wir für ein anderes Achievement noch brauchen werden. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar jetzt hier unten auf den Koordinaten 49, 86. Und hier müssen wir uns wieder ein bisschen mit, ja, ein bisschen jumpen, um dementsprechend relativ weit oben an einen Schatz ranzukommen. Ihr seht schon, das sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Wir werden das Ganze ein Ticken einfacher machen und einfach wieder das Schattentor usen und ein Ticken warten zwischenrein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr skilled seid, da hochhüpfen. Und irgendwo da oben auf dem Ast sollte die Kiste drauf sein. Gut, der Cooldown ist wieder weg. Ich habe jetzt rausgefunden, das müsste da oben in dem Nest sein. Da porten wir uns jetzt mal hoch. Da, wo der Gegner ist. Oh, ich bin jetzt hier so ein bisschen... Ah ja, genau. Und da müsste das Ding dann liegen. Ah, seht ihr? Geklautes Artefakt. Dann killen wir den Mob schnell. Können wir uns das einmal rauslooten. Also man kann hier bestimmt auch einfach hochhüpfen. Oder wenn ihr zu der Zeit schon fliegen könnt, dementsprechend das Fliegen benutzen. Aber ja, mit dem Port ist es relativ easy mit dem Venture-Ding. Dann kommen wir zum nächsten Item. Und zwar sind wir jetzt hier einmal auf den Koordinaten 48, 47, äh 77, so rum. Und zwar müssen wir jetzt in die Höhle rein. Und in der Höhle drin ist ein Item, das schimpft sich wogenes Blattwerk. Und um da ranzukommen, müssen wir jetzt erstmal verschiedene Schalter drücken. Und zwar sind es insgesamt vier an der Zahl. Drei sind drinnen und eins soll draußen sein. Jetzt hier mit Handy Notes kann man sich das auf der Map einmal anzeigen lassen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal. Also wir müssen einmal hier das Ding kaputt machen. Dann können wir hier den ersten Katalysator drücken. Geht glaube ich die Tür auf. Hier können wir nochmal was kaputt machen. Und da müssten wir die erste Teleport-Sperre haben. Die haben wir jetzt aufgemacht. Dann müssten wir jetzt... Achso, da müssen wir nochmal draufklicken, dass die Tür aufgeht. Die Tür geht auf. Und dann geht es einmal rein. So, und hier oben ist nämlich das Item, was wir haben wollen. Um da ranzukommen, müssen wir jetzt halt die anderen Dinge auch noch anklicken. Und die müssten jetzt hier in den Räumen sein. Seht ihr? Eins, zwei, drei. Die klappen wir jetzt mal schnell ab. Wo haben wir es denn? Also hier müsste eins schon mal drin sein. Sieht so aus, ob es in der Mitte vom Raum ist. Oder auch nicht. Ah, schau mal, da muss ich wieder die Wurzeln kaputt machen. Jetzt killen wir erstmal die Mops weg. Ich dachte mir, das steht einfach so rum. Aber anscheinend sind die Sachen immer eingewurzelt, so wie es aussieht. Also, Wurzeln zerstören. Dann können wir das Ding anklicken. Und damit haben wir die zweite Rune. Stealfen hier, oder? Dann müssen wir die ganzen Mops nicht machen. Dann haben wir hier die nächste. Das Ding wieder an. Da müsste die letzte drin sein. Hier haben wir einmal... Ah, seht ihr das? Unter dem Gebüsch. Also, das sieht man echt richtig schlecht. Hätte ich es jetzt nicht auf der Map gemerkt gehabt, dann hätte ich es nicht gesehen. Jetzt schaue ich, dass ich nochmal Shadowmelt. Ich habe das Ding jetzt, glaube ich, aufgemacht. Aber... Da kommst du ja ganz, ganz schlecht ran. Hier müsste das sein... Ich glaube, ich habe es schon angeklickt. Jetzt gucken wir mal in die Mitte, ob ich mich damit porten kann oder ob die jetzt noch fehlt. Oh, hier müssten wir jetzt einen Teleport haben nach oben. Ah, da ist der Teleporter. Seht ihr das? Schauen wir mal. Können wir den klicken? Ah ja. Okay. Ne, das geht anscheinend nicht, wenn man im Combat ist. Dann holen einen die Mops wieder raus. Müssen wir die doch töten. Also, anscheinend habe ich das eine in diesem Blattwerk drin angeklickt, ne? Aber das sieht man echt schlecht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man den Mob vorher tötet. Ich dachte, mir den spare ich mir jetzt an der Stelle. So. Also, dann porten wir uns. So, auch nicht. Ach, da unten hat mich noch einer behakt. Okay, also anscheinend geht das echt nicht, wenn du im Combat bist. Gut, jetzt sind wir hier oben. Und dann können wir das Teil anklicken. Dann müsst ihr dann auch nochmal so ein Raumöffner rauskommen. Genau. Und ein Toy haben wir auch noch dabei. Gut, das war es auch schon. Hier seht ihr den Raum nochmal, ne? Also, in jedem von den Kleinen war eins drin. Und dann quasi den Port im Großen benutzen. Und dann habt ihr das Item auch schon. Beziehungsweise das eine draußen hat halt auch noch gefehlt. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar, ich befinde mich jetzt hier bei den Koordinaten 59, 75. Und hier gibt es einen Schatz, untergetauchte Truhe. Und für die müssen wir erstmal ein Item besorgen. Und zwar hier hinten, wo ich jetzt gerade bin. Dort müssen wir eine Kugel aufsammeln. Und diese Kugel müssen wir zu so einer Pumpstation bringen. Und dann kommt die Truhe einmal hoch. Also ihr seht, hier haben wir den Weg einmal an dem Fluss entlang. Und hier ist eine Kugel. Und zwar schimpft sich die gefährliche Kugel der Macht. Und die können wir einmal aufnehmen. Sobald wir die aufgenommen haben, müssen wir die hier rüberbringen. Zu dieser Pumpstation. Und zwar müsste da so ein Teil sein. Genau, vergessene Pumpe. Die können wir einmal anklicken. Und dann müsste hier die Kiste nach oben kommen. Und da dürfte dann auch wieder ein Hut drin sein. Den wir brauchen. Jetzt schauen wir mal. Genau. Admiralshut haben wir da drin. Und ja, dann schauen wir mal weiter zum nächsten. Dann kommen wir zur nächsten Kiste. Und zwar haben wir hier eine Herrschaftstruhe. Und die befindet sich einmal hier relativ weit oben bei den Koordinaten 60, 18. Und für diese Herrschaftskiste brauchen wir aber einen Schlüssel, um die öffnen zu können. Wir machen die jetzt mal auf. Ich habe den. Oder warte mal, ich zeige euch erst mal den Schlüssel. Der heißt Dominanzschlüssel. Und diesen Dominanzschlüssel könnt ihr von Mobs bekommen, die auch hier in der Gegend rumstehen. Ihr seht, hier ist einiges Stuff drin. Es ist sogar auch ein Schwert dabei. Nicht so verkehrt. Und zwar sind das insgesamt drei Arten von Mobs, die das droppen können. Ich kann euch die mal zeigen. Das sind nämlich alles relativ große Elite-Mobs. Die meisten findet man hier hinten so ein bisschen in der Mitte. Jetzt gucken wir mal. Genau, hier haben wir einen schlundgebundenen Inquisitor. Dann gibt es noch einen, der genauso aussieht, der einen anderen Namen hat. Auch einen Inquisitor, auch einen Inquisitor. Genau die hier. Den Provokant, der kann das droppen. Und diese Nasrasim-Typen. Diese drei verschiedenen Gegnerarten können diese Schlüssel droppen. Zu 1%. Ist jetzt nicht sonderlich hoch. Aber, ja, wenn man, wie ich, da eine Gruppe macht. Am besten, wenn dann selber eine Gruppe aufmachen im Tool und das Domination Key nennen. Domination Key Farm. Oder halt nach Domination Key im Tool suchen. Dann könnt ihr hier einfach, wenn ihr einen vernünftigen Tank habt, die ganzen Viecher zusammenpullen. Und zur Wecker-Ehen. Und nach ein paar Kills habt ihr sie dann. Also ich habe jetzt vielleicht 10 Minuten gefahren. Ich habe jetzt von anderen Leuten gehört, dass es bei denen ein bisschen länger gedauert hat. Aber das geht. 1% Drop-Chance. Hier laufen einige rum. Und zwar nicht nur hier in der Mitte, sondern eigentlich hier in dem ganzen Gebiet könnt ihr diese Typen zusammensuchen. Da sind noch ein Haufen andere Elite-Mobs. Die droppen das aber nicht. Nur die drei, die ich euch jetzt eben genannt habe, können diese Keys droppen. Um die 1% rum. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar sind wir jetzt hier ganz oben. Ihr könnt hier mit diesem Port-Ding einmal euch rüberfliegen lassen. Und dann hier am Rand bei den Koordinaten 51-9. Seht ihr, ich bin da hier von dem Bossraum, also da ist ja der World-Boss drin, hier an den Rand gelaufen. Und jetzt hier unten ist das Item, was wir haben wollen. Heißt, wir springen da jetzt einfach ein bisschen runter. Ich bin jetzt auch mal gestelft, dass ich da nicht unbedingt von den Mobs entdeckt werde. Jetzt schauen wir mal. Okay, also wenn man rückwärts runterläuft, dann läuft das. Und ja, dann haben wir den nächsten Schatz und auch nochmal so einen Raumöffner mit dabei. Und hier haben wir auch ein Port-Ding, oder? Schauen wir mal, können wir da wieder hochporten? Wunderbar, können wir uns sogar nochmal hochporten. Dann kommen wir zur nächsten Kiste. Und zwar sind wir jetzt hier in der Mitte der Map bei den Koordinaten 51-62. Und hier haben wir einmal das symbiotische Archiv. Und da müssen wir einmal hier in diese Höhle rein. Und sobald wir drin sind, müssen wir aber erstmal ein Schild von der Kiste entfernen. Die ist nämlich hier hinten. Und dafür müssen wir diese Konsolen in der richtigen Reihenfolge anklicken. Als allererstes nehmen wir die rechte Konsole hier, also die rechts hinten. Dann laufen wir einmal hier hinten rum. Und nehmen die links vorne. Dann nehmen wir die rechts vorne, das ist die hier. Und dann haben wir noch eine. Und zwar ist die hier links hinten. Und ihr seht, das Schild geht weg. Wir können das Ding aufmachen. Und da ist dann auch der letzte Raumöffner drin. Jetzt haben wir nämlich insgesamt sieben Stück, wie ihr seht. Sobald ihr dann alle sieben Raumöffner gefarmt habt, geht es eigentlich erst richtig los. Und zwar müssen wir dann ein paar Sachen freischalten. Ihr müsst erstmal bei Firmen an eure Konsole ran und ein bisschen was skillen. Ich habe jetzt hier in dem Fall schon alles geskillt. Ich bin mir jetzt nicht zu tausendprozentig sicher. Laut WoW Head brauchen wir auf jeden Fall zwei Sachen. Und zwar brauchen wir den ersten Skill hier. Verständnis des Metronesischen. Und wir brauchen auf jeden Fall Verständnis des Altesischen. Wenn ihr die beiden Sachen geskillt habt, könnt ihr nämlich mit bestimmten Sachen interagieren. Was ihr als nächstes dann noch braucht, ist die Kampagne hier in der Zone. Zumindest auf Kapitel 6 von 7. Wenn ihr auf 6 von 7 das freigeschalten habt, könnt ihr nämlich hier so ein Portsystem freischalten. Und damit konntet ihr euch ja ganz nach oben porten. Und das werden wir nämlich gleich brauchen. Denn wir schalten dort nochmal bestimmte Hidden Räume frei. Und in einem von diesen Hidden Räumen können wir unsere Raumöffner anwenden. Und dann dementsprechend die Sandhaufen öffnen. Als nächstes fliegen wir jetzt hier einmal oben hin. Etwa auf die Koordinaten 49, 25. Beziehungsweise hier in dem ganzen Gebiet können wir uns mit den Balken hier so ein bisschen Energie hochfahmen. Indem wir uns hier in diese Lachen reinstellen. Und die Mobs töten, die quasi in diesen Lachen stehen. Dann droppen wir diese kleinen Kugeln. Und damit können wir dementsprechend dann unseren Balken auffüllen. Wir müssen den Balken auffüllen zumindest auf 60 von 100. Dass wir uns gleich ein bisschen rum porten können. Wenn ihr, wie ich schon vorhin erwähnt hattet, einmal die Kampagne auf 6 von 7 gespielt habt, dann habt ihr ja hier das Fliegen freigeschalten. Und dementsprechend auch schon mal dieses Grundport-System, wo ihr euch hier nach oben porten könnt. So, wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr, sind wir jetzt hier einmal auf den Koordinaten 50, 30. Und das ist vor dieser Höhle, wo das Port-System unten beginnt. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht in die Höhle reinfliegen, sondern hier nach links oben. Und da ist eine neue Rune. Es gibt jetzt ein paar Runen, die wir hier noch anklicken können. Und mit diesen Runen schalten wir quasi geheime Räume frei. Und diese Rune brauchen wir einmal. Die klicken wir an. Und dann haben wir einen neuen Ort entdeckt. Jetzt fliegen wir runter und gehen quasi in unseren Port-Raum rein. Und wenn wir da drin sind, haben wir ja hier den Kristall, den wir von der Quest auch schon kennen, wo wir uns porten können. So sieht das Ding aus, wenn ihr dementsprechend ganz normal die Quest gemacht habt und diese ganzen Ports mitgenommen habt. Wir porten uns jetzt in diesen internen Locus. Das ist quasi so der erste Ausgangsraum. So, und jetzt porten wir uns hier nicht mit dem mittleren Dings weiter, sondern wir haben hier einen weiteren Kristall. Und dieser weitere Kristall, seht ihr, hat ein eigenes Port-Netzwerk. Man kann sich hier mehrere Räume freischalten. Wichtig ist jetzt hier interaktiver Alkoven. Das ist nämlich da, wo wir uns hin porten wollen. Das kostet nochmal 30. Und wenn wir uns jetzt da einmal rüber porten, seht ihr, sind wir in einem Raum mit leuchtenden Sandhäufchen. Und da sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und irgendwo, glaube ich, in der Ecke war noch einer, genau hier hinten, sieben Sandhaufen. Und da brauchen wir einmal unsere Raumöffner mit. Wichtig. Ich habe auf VWH gelesen, es gibt bei einigen Leuten den Bug, wenn das Inventar voll ist, kann man sie nicht looten und dann muss man zwei Raumöffner verwenden und dann kann man das jetzt schief und nicht mehr machen. Deswegen räumt euer Inventar aus, dass ihr genug Platz habt und setzt immer nur einen Raumöffner pro Sandhaufen ein. Nicht irgendwie schnell Doppelklicken drauf und nicht Inventar voll haben. Ihr seht, man kriegt da auch ein paar Epic-Items raus. Das sind halt überwiegend Ringe. 2, 46 ist jetzt für meinen Main eher uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht für den einen oder anderen Twink ist es eine praktische Sache. Ein Trinket ist unter anderem dabei. Hier einen 42er Trinket hat man auch dabei und noch ein bisschen anderen Stuff. Was haben wir hier nochmal im Trinket? Es scheint anscheinend random zu sein. Mit meinem Twink habe ich irgendwie fast nur Ringe gekriegt. Mit dem auch jetzt überwiegend. Und da seht ihr, haben wir das letzte Ding aufgemacht, haben wir noch einen Hals mit dabei und dementsprechend ist einmal das Achievement aufgeprockt. Damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem kleinen Erfolg. Das Langwierigste sind dann tatsächlich die Raumöffner zu farmen und sobald ihr das gemacht habt, geht es eigentlich relativ schnell. Wie gesagt, das Port-System schaltet ihr erst frei beziehungsweise in dem Rahmen frei. Wenn ihr dementsprechend die Kampagne soweit habt, solltet ihr das noch nicht gemacht haben, dann müsst ihr dementsprechend erst die Kampagne machen. Damit sind wir dann auch am Ende von dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.